Ich heiße Sie als Mitglied einer aus der Sowjetunion-geflüchteten Volksminderheit bei uns in der DDR willkommen. Bitte schön. Auch Ihnen herzlich willkommen. Auch Ihnen. Nee. Hoppla. Jetzt hätte ich doch beinahe auch ein Juden-Aussehen gemacht. Kleiner Schatz. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass für nicht-jüdische Sowjetbürger die Aufenthaltsgenehmigung nur drei Monate gilt. Danach müssen Sie wieder ausreisen. Oder eine deutsche Frau heiraten. Entschuldigung. Ich habe heute einfach gute Laune. Machen Sie sich mal keine Gedanken. Drei Monate. Immer noch besser als zu Hause in der Sowjetunion. Und wer weiß, wann wir bis dahin für neue Gesetze hier haben. Jede Minute gibt es hier eine neue Durchführungsbestimmung. Und die gelten für das Ausländerwohnheim in Marzahn. Bitte, meine Herren. Genießen Sie die letzten Wochen der Deutschen Demokratischen Republik.